Hallo, heute bin ich ein bisschen unterwegs. Das ist ein Geheimtipp, da kommt man normal gar nicht rein, aber hier steht ein absoluter Geheimtipp und ich habe die Erlaubnis genommen und bin da zu filmen und Fotos machen, da wollte ich mich nochmal bedanken für 20.000 Abonnenten, hauptsächlich meine Abonnenten und die mir immer beiseite gestanden haben. Herzlichen Dank für alles. Dann ich sage mal wieder Tschüss, euer Marius. Ciao, ciao. Ciao, ciao.